Russland-Korrespondenten Christoph Wanner live zugeschaltet aus Moskau. Guten Morgen, Christoph. Also rund um diesen Wahlbeginn haben ukrainische Bodentruppen ja nun massiv Ziele im russischen Kernland angegriffen. Welche Folgerungen ziehst du jetzt daraus? Also die Wahl hier ist tatsächlich reine Formsache. Ich denke, am Montag früh werden wir dann eine Wahlbeteiligung haben von ungefähr 72 Prozent und Wladimir Putin dürfte rund 82, 83 Prozent der Stimmen bekommen haben. Also das Ganze ist eine reine Formsache. Und jetzt kommt ein russischer Militärexperte, Boris Rogin, und sagt, wer behauptet, dass diese Wahlen langweilig seien, der soll sich mal angucken, was gerade im Süden von Russland passiert. Da kommen hunderte ukrainische Soldaten ums Leben bei dem Versuch, diese Wahlen zu sabotieren. So hat das Boris Rogin kommentiert. Und was passiert ist, dass die Ukrainer tatsächlich russisches Kernland massiv angreifen und nicht nur mit Drohnen, wie sie das ja üblicherweise fast jeden Tag tun, oder mit Sabotagetrupps, wie wir das auch schon öfter erlebt haben, gerade im Bereich Bransk, Kursk, Belgeret. Also alles russische Kernprovinzen, wenn man so will, russisches Kernland. Sondern dieses Mal sind es Panzerverbände, Verbände mit gepanzerten Fahrzeugen, Luftlandeoperationen auf russischem Kernland. Gestern Helikopter ist da in der Nähe von Belgeret wohl gelandet. Kosinka heißt dieser kleine Ort mit einer Kommandoeinheit der Ukrainer. Also das ist tatsächlich von größerer Dimension, was da passiert. Und der russische, der ukrainische, entschuldige bitte, Militärgeheimdienst, GUR, sagt, dass die beiden russischen Provinzen Kursk und Belgeret zu einem Kriegsschauplatz verwandelt worden seien. Die Russen sagen, dass es ihnen gelungen sei, diese Angriffe im Großen und Ganzen abzuwehren, die Grenze zu sichern. Aber was da jetzt im Detail passiert im Süden Russlands, kann man natürlich überhaupt nicht überblicken, kann man auch nicht verifizieren. Ich würde die Lage als extrem heikel einschätzen und die Ukrainer greifen an, wie ich denke, um tatsächlich diese Wahlen hier in Russland zu überschatten, um Wladimir Putin diesen für ihn wohl Feiertag zu verderben und um auch dem Westen Handlungsfähigkeit zu zeigen. Denn bei uns im Westen hieß es ja in der Vergangenheit immer wieder, dass die Ukrainer nur noch in der Defensive sind, Abwehrschlachten führen. Und jetzt will man eben beweisen, dass man wesentlich mehr kann, als sich nur einzuigeln. Noch mehr News, die gibt es bei unserem Nachrichtensenderwelt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.